hallo herzlich willkommen zurück hier bei dort hier nachdem die letzte folge so katastrophal lief und ich hoffe dass auch wirklich die streckenlängen so bleiben und sich nicht wieder verändern von geisterhand auf einmal doch elf kilometer 5,05 kilometer valle pk moix songs keine ahnung glatte asphalt 425 ja wir müssten die minute aufholen schafft man eh nicht das brauchen wir auch gar nicht probieren auf habe ich auch gar keinen bock also ich habe bock zu spielen ja aber das zu schaffen ist einfach unmöglich vor allem mit diesem schrotthaufen auto was wir haben das auto ist trotz des aussehens in gutem zustand das ist ja hier anders du wirst mit 226 4 3 4 3 4 4 4 6 6 6 6 4 4 4 4 5 6 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 7 7 7 7 7 8 9 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 10 9 9 10 9 11 9 10 11 12 11 12 11 12 11 11 13 14 14 14 Durchsenke, 60, links 4, durchsenke. Was habe ich denn getroffen? Links 3, 80, rechts 4, nicht steigen. In Ordnerkehre, links. In rechts 1, lang. In links 6, rechts 5, in links 4, in links 3. Einmal die Bankerester, also diese... Meine insgesamt von Punktenäher sollten wir ja, auch wenn wir Zweiter werden, Erster sein. In Ordnerkehre, rechts, steine, außen, in links 2, 80, rechts 4. Und wenn wir die Minute nicht ausholen, dann sind wir in diesen 3 kurzen, wenn wir viel Geld. 1 den weg 2 jetzt wie ein sechster in der letzten folge 6 den links 3 1 Weil sie genau hier solche Ecken anfangen müssen. Klar, das Auto irgendwie viel geistert hier wird und mein Abstand bleibt. Oh, wir haben eine Situation hier von einem Motor aufgeholt. Rechts 3, durch Säcke. Links 6, Rückruppe. Rechts 1, durch Säcke. In links 4. Links 6, Rückruppe. Rechts 4. Links 3. In rechts 3. Lang, mach auf, mach zu. In links 1. Rechts 2, in. Offene Kehre, links. Lang, 60. Rechts 6, 130. Rechts 4, dann. In links 4, überruppe. In links 4, überruppe. In Kehre, rechts. In links 4, überruppe. In Kehre, rechts. In links 3, überruppe. In rechts 6. Rechts 1. In links 3. Lang, mach auf, mach zu. In rechts 3. Links 6, 60. Rechts 5, überruppe, 80. Links 6, überruppe, 60. Bis Ziel. Uuuuuh. Alles klar. Langsam, für den Marshal. Oh. 1 Sechste. Eie, uue. Katastrophe, ey. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Nee, ne. Naja. Gutes, was anderes. 45 sekunden müssen wir noch holen never possible never niemals im leben schaffen wir das 35 sekunden alter am besten hatten platten dann vielleicht aber das wird er niemals haben wie nido rio da bella 65 meter unterschied 6 5 kilometer ja mal tagsüber aber immer noch keine reparaturstation da lief da auch aus falsch naja müssen wir halt nicht leben ne kann man halt nicht ändern oh von sonnziel 1 geschafft zweite könnten wir schaffen haben wir verkackt haben wir geschafft werden wir nicht mehr schaffen und das und das haben auch verkackt ja von sonnstern nicht zufrieden die maximalgeschwindigkeit werden wir schwer erreichen der turbo ist kaputt 5 4 3 2 1 in links 1 durchsenken rechts 6 überkuppe links 3 durchsenken 40 nicht schneiden kuppe rechts 6 130 links 4 kuppe links 3 rechts 4 links 5 Das sieht genauso aus wie nach vorne, Alter. Links 4, links 3, in Schaaf, rechts 80, rechts 5, lang, jetzt soll man aber den Huberen so nutzen, kann ich hier auf die Strafe zurück, Alter. Rechts 6, in links 1, lang, auf der Kehle rechts. Gleich ist ein bisschen abseits gekommen, nicht gut. Rechts 6, rechts 2, Regenstein, auf der Kehle links, lang, 60, rechts 6, runter. Rechts 6, runter, links 4, über 80, rechts 1, lang, auf der Kehle links, lang, 60, rechts 6, runter. Rechts 4, außerhalb der Platte. Rechts 4, durch 6, ich weiß auch nicht, glaube ich. Rechts 3, links 3, 80, rechts 4, in offene Kehle links, rechts 1, lang, auf der Kehle links, in rechts 1, lang. Alter, nein, geht's nicht wieder gang. Oh, wir haben 8 Sekunden, was ist denn das? Links 3, überprüfen, in rechts 4, durchsenke, in links 3, lang, auf der Kehle links, 6, rechts 3, rechts 3, rechts 3, links 6, in rechts 4, durchsenke, 150, links 4. Nie auf der Fall, was finde ich dann ge ogle ge funcionen. Wir haben eben 8 Sekunden falsch. Rechts 6,stand." Rechts 6,citohorseburg letztlich höher", rechts 3, rechts 6, rechts 3, rechts 6. Alter, nein, 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 nein. Was ist denn noch ein Problem? Oh, jetzt haben wir.. ...die jegle komplette FEEL-Ratsgege. Kehle links, Jerosburg rechts 4, durchsenke, in rechts 6, Jax, поехle links. Ja, wir müssen mit dem Setноманс fazer Organe machen. Ne. Rechts 6. In links 4. In rechts 3. In links 5. In rechts 1. In links 2. In links 1. Rechts 3. In rechts 5. 60. Links 4. Durchsenke. Links 3. Links 3. Link 3. Durchsenke. Durchsenke. In links 3. Acht auf. Aber es wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber jetzt. Rechts 6. In links 4. In rechts 3. In links 3. In rechts 5. Das ist zu groß der Abstand. Alter! Dass die Schilder so viel aushalten, ist das auch normal. Obwohl es in echten Aufdessen hier betoniert und alles noch auf. 4 Sekunden. Ja, die Hals. 4 Sekunden zu Alveres, das ist nichts. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. Naja, überhaupt nicht. Mal warten, wenn man einmal über 32. geworden ist oder so. Na hier, komm, der Abstand. 40 Sekunden, das schaffen wir niemals. Das bin ich realistisch. Aber Gesamterster sollten wir ja werden. Das sollten wir noch hinkriegen. 4,86 Kilometer, die Nido La Celebra. 15 Meter Höhe, ein Unterschied. Ey, wir haben einen Servicebereich. Wow! Mit unserem Riesen-Schrotthaufen. Lohnt sich die Reparatur ja gar nicht. Aber wir machen sie ja trotzdem, ne? Volles Geld könnte man sich sparen. Ja, gewinnt der Alveres halt noch. Die Räkki war sehr erfolgreich, sollte also ein gutes Rennen werden. Ja, super. 3,13. Jawohl. 5,4,3,2,1, los. Links 5. Rechts 5. Wir machen das Ding jetzt einfach noch mal so. Rechts 4. Rechts steigen. Index 2. Durchsenke. Index 1. Index 1. Index 4. Überflüssig. Rechts 3. In links 1. Durchsenke. In rechts 5. In links 3. In rechts 5. In rechts 5. Rechts 6. Links 5. Rundele 60. Rechts 6. Rechts 5. Rechts 5. In links 4. Links 3. In scharf. Rechts 80. Rechts 5. Rechts 5. Rechts 5. Rechts 5. Links 5. Rechts 5. Links 4. Durchsenke. In rechts 1. Überpumpe. Links 3. 80. Links 4. Überpumpe. 80. Rechts 1. Guck mal, wie cool das jetzt mittlerweile läuft. Es muss ja kein Übertrag sein vielleicht auch. In rechts 2. In links 4. Jetzt kommt es ja langsam in die ganze Zeit rein. Rechts 4. Rechts 4. Mit dem Auto kann ich auch langsam zurzeit kommen. Links 5. In rechts 3. In links 5. In rechts 5. In rechts 1. In rechts 1. Durchsenke. In rechts 1. Durchsenke. In links 3. In links 3. In links 3. In rechts 4. Durchsenke. In links 3. In links 3. In links 3. In links 4. 초 fingerprints. In links 5. Nex. difference 3. In rechts. Und rechts 6. In links. Du nehmc. 5, rechts 6, überwende 80, links 5, überwende 60, rechts 6, rechts 6, links 6, inkehre rechts, in links 3, links 6, 60, rechts 5, überwende 80, links 6, überwende, rechts 4, in offene kehre links. Kleiner Mistake, kleiner Fehler, na ganz ehrlich, ich hätte das eine Renn nicht so verkackt und das letzte Renn auch besser gemacht, da hätten wir easy noch besser werden können. Rechts 5, links 5, 80, bis Ziel. Was das läuft gerade hier auf Qt. 20 Sekunden, wow! Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Ja, hätten wir mal zwei Rennen nicht verkackt so hart oder das eine nicht so extrem verkackt, dann wären wir jetzt erster. Aber Zwischenstand, Meisterschaft, sind wir trotzdem erster mit 93 Punkten, also da konnte keiner an uns rankommen. Ja, das ist nicht so gut. 75.000 haben wir gemacht. Freuchtloses Fahren, oh, ne so ist unser Wolvolin verflückbar. meisterschaft bb international er ist da so muss das sein jetzt gucken wir auch noch mal kurz rein sache ist das haben wir auch noch dreimal hier acht strecken auch mal acht strecken alter allraten uns so eine super serie hier haben wir sonst alles alter schwede also da werde ich definitiv vier strecken jeweils an eine folge packen könnt ihr euch hier drauf einstellen sind das zwei vier sechs und da auch jeweils sechs meine güte was sagt denn das hier bonus von 120.000 das bald aus okay ja müssen wir erst mal das hier machen fahrzeug opel manta lantia team angebote sind der ist mal wieder mit unserem e 30 fahr ich will mal kurz gucken was habe ich denn ich kann ja den metro fahren wenn ich will ja weniger leistung alles ja wir sind den mit den schon mal gefahren glaube nicht ne komm weißt du was probieren wir einfach mal mit dem mg metro habe ich gerade bock drauf ich wollte nur keinen dings fangen ich wollte den quattro jetzt nicht fahren ja aber das machen wir alles in der nächsten folge also wenn es euch gefallen hat lasst ein like da kommentiert was verpasst hier und abonniert mich damit ihr auf den neuesten schauen bleibt bis dann haut rein bis dann 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 bis dann